Herzlich Willkommen zur 8. Episode von Back to the Roots In der heutigen Episode möchte ich euch den altbewährten Weizen vorstellen. Also unter dem Weizen mit eigentlich ist Rat von seinen Kommentaren meine Freunde und herzlich Willkommen zur 8. Episode von Back to the Roots In der heutigen Episode möchte ich euch nicht den guten alten Weizen vorenthalten. Eigentlich müsst ihr wissen, dass der Weizen eigentlich ein Oberbegriff für viele verschiedene Süßgräser ist, aber die Weizensorte die wir jetzt oft kennen Er wurde vor ca. 10.000 Jahren bereits im heutigen Irak gefunden und 2000 v. Chr. wurde er nach Mitteleuropa gebracht und zählt neben der Gerste als einer der ältesten Weizensorten bzw. Getreidesorten. Und unser heutiger Weizen ist lediglich eine Kreuzung aus vielen verschiedenen Wildgetreide, wie z.B. Wildgerste, Wildema oder Wildeinkorn. Und dabei müssen wir auch unterscheiden zwischen Weichweizen und Hartweizen. Der Weichweizen wird heutzutage überwiegend für die Fütterung von der Tierhaltung verwendet, während der Hartweizen einen höheren Proteingehalt aufweist und mehr für die Herstellung von Teigwaren. Verwendet wird und unser heutiger Weizen war am Anfang noch recht im Hintergrund. Er war nicht so beliebt in der Verordnung, aber erst im 11. Jahrhundert ist er dann in Mode gekommen, nachdem dann sozusagen der Gebäck bzw. Teigware einfach im Mittelalter in Mode gekommen sind. Und man den Weizen auch dafür als Mehl verwendet hat und im Lateinischen bedeutet der Weizen weiß aufgrund der Farbe des Weizens bei der Verarbeitung in der Mühle. Und heute gedeiht der Weizen auch als Grundnahrungsmittel bzw. der Zeitmesse wie Nudeln, Kuchen und andere Gebäcksorten und dieser wird jetzt überwiegend z.B. Indien, China, Frankreich, Deutschland, Russland und Amerika kultiviert. Und es wird jährlich so ca. 7 Millionen Tonnen an Weizen geerntet bzw. produziert. Das Problem dabei ist, dass der Homo economicus, wie ich ihn mal nenne, eher auf Profit ausgerichtet ist und dementsprechend auch den Weizen gentechnisch verändert bzw. mit anderen weiter gekreuzt hat, um halt größere Erträge und Wachstumsraten zu erreichen. Zum Beispiel hat man auch hier bestimmte Resistenzen aufgebaut und auch Fraßfeinde bzw. Fraßschutz der Pflanze gegeben, wie z.B. diesen erhöhten Glutenwert von, ich glaube, 50%. Das hat man einfach aus dem Grund gemacht, dass, wie gesagt, einerseits als Fraßschutz, damit die Pflanze resistenter ist und dass halt der Bäcker in der industriellen Bäckerei den Teig besser kneten kann. Und als Kleber, als Eiweiß natürlich auch das Gebäck zusammenhält. Allerdings ist diese Art von Gluten sehr besorgniserregend vom Weizen. Es gibt natürlich auch viele verschiedene Arten, aber das Grundgerüst vom Weizen besteht aus Glutaline und Glialine, glaube ich. Und diese Konstruktion ist für Menschen schwer verdaulich und diese Peptide bleiben dann im Blutkreislauf zurück und verursachen auch dementsprechend weitere Krankheitsbilder. Zum Beispiel docken sie an die Opium- und Endorphinrezeptoren an und steuern sozusagen auch hier unser Hungergefühl, unser Schmerzempfinden. Sorgen auch für die chronische Müdigkeit, wie gesagt, weil der Körper es schwer hat, diesen Kleber sozusagen zu verdauen, weil das natürlich auch unsere Darmzocken verklebt und hemmt auch die Nährstoffaufnahme. Und ein weiteres Problem ist zum Beispiel auch der Brain Fog, den Gehirnhebel, den halt viele Leute kennen. Also die können nicht mehr klar denken, fühlen sich lasch, wenn sie zum Beispiel in den Genuss von Teigwaren kommen. Das ist halt ein Problem, aber ein weiteres Problem, welches jetzt neuerdings auch aufgekommen ist, welches mit Weizen auch in Verbindung gebracht wird, sind die erhöhten Herbizidbelastungen. Das hat man nicht berücksichtigt zum Beispiel, dass halt nicht nur das Gluten ein Problem darstellt für die Gesundheit, sondern auch die Herbizidbelastung zum Beispiel, dass auf Weizen sehr viel vom Herbizid Roundup gespritzt wird. Das ist ein Produkt von Monsanto, welches den einen Inhaltsstoff beinhaltet, nämlich das Glyphosat. Und es ist ja ziemlich oft in den Medien gekommen, dass Glyphosat jetzt nicht sehr gesundheitsfreundlich ist. Da gibt es nämlich auch nicht industrielle Studien, die auch widerlegen, dass Glyphosat wirklich krebserregend ist, oxidativem Stress verursacht und neurotoxisch ist. Und das hat zum Beispiel das International Agency of Research of Cancer im Jahr 2015 auch bestätigt. Also bei Glyphosat ist es so, dass diese über die Blätter in die Pflanze eindringt und hier den Stoffwechsel hemmt. Und man ist halt am Anfang immer darauf ausgegangen, dass es halt nur für die Pflanze schädlich ist, beziehungsweise für Beikräuter und für Pflanzen, die gewisse durch genmonopolierte Vorgänge resistent sind. Nichts dabei passiert. Es ist halt aber dazu, dass man hier höhere Erträge hat und einen besseren Ernteertrag sozusagen erzielt. Und wie gesagt, man ist davon nicht ausgegangen, dass das gesundheitsschädlich für das Ökosystem beziehungsweise für Menschen ist. Allerdings gibt es halt hier immer mehr Anzeichen, zum Beispiel in Lateinamerika, in Argentinien, wo halt hier riesige Sojafelder angebaut wird. Und da wird halt auch sehr viel von diesem Herbizid versprüht, beziehungsweise auch andere Giftcocktails mit Glyphosat. Und dort gibt es halt sehr viele Fehlgeburten, beziehungsweise auch Geburten mit Fehlbildungen. Und das, da habe ich mir auch Videos angeschaut, das schaut wirklich nicht gut aus. Und das liegt halt einfach auch an dem Überschuss der entsprechenden Retinsäure. Zudem soll Glyphosat auch bestimmte Enzyme hemmen, die dafür verantwortlich sind, dass der Mensch besser mit Umweltgiften zurechtkommt. Und jedoch ist auch das Problem bei dem Glyphosat einerseits, dass es halt nicht als separater Stoff in diesem Roundup-Produkt drin ist, sondern auch mit anderen Hilfsstoffen in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Talarovine. Und das ist zum Beispiel ein Hilfsmittel, welches die Lipidschicht der Blattzellen nochmal durchdringlicher macht, sodass halt das Glyphosat noch besser in die Pflanze einbringen kann und diese sozusagen abtöten kann. Und da wurde auch festgestellt, dass diese Talarovine auch eigene toxikologische Wirkungen haben und natürlich auch die Wirkung von Glyphosat zusätzlich erhöhen. Und das Problem dabei ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel Glyphosat verbieten würde, da sind ja neuerdings Gespräche im Laufen gewesen, aber ich glaube, das war so, dass man trotzdem Glyphosat durchgesetzt hat, leider. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel von heute auf morgen verbieten würde, hätte man trotzdem noch das Problem, dass es sich natürlich im Boden und im Trinkwasser anreichert und das noch natürlich über Jahre hinweg. Und man hat auch Glyphosat-Rückstände auch, wie gesagt, im Trinkwasser gefunden und auch in Feldern, beziehungsweise in benachbarten Feldern. Und das wird halt ziemlich lange dauern, bis man sozusagen Glyphosat-frei ist. Und man hat halt schon, glaube ich, 99 Prozent der Menschen Glyphosat im Urin gefunden. Und ich habe auch herausgefunden von einer Studie, dass Glyphosat auch die pathogenen Keime in unserem Körper unterstützt, indem halt die guten Bakterien abgetötet wird und sich da die pathogenen Keime diese Gelegenheit nutzen und sich im Körper vermehren und hier unser Yin und Yang aus dem Gleichgewicht bringen und wir dadurch krank werden. Ein weiteres Problem, welches entsteht, ist, dass durch Glyphosat die Bio-Vielfalt aus dem Gleichgewicht kommt, weil hier natürlich alle möglichen Pflanzen, die keine Resistenzen dagegen aufweisen, abgetötet werden. Und da geht natürlich auch der Lebensraum für Insekten kaputt. Bienen werden geschwächt und werden anfällig zum Beispiel gegen Varora-Milben oder bekommen auch nicht mehr genug Bestäubungsmöglichkeiten und Nahrung für ihren eigenen Honig beziehungsweise ihren Nektar für die Sammlung. Dadurch bekommen zum Beispiel die Vögel keine Nährstoffe, es finden weniger Bestäubungen statt, die Bäume gehen zugrunde, andere Pflanzen gehen zugrunde, die natürlich auf die Fremdbestäubung angewiesen sind und den Kreislaufräuer dann nicht zu stellen, welche Folgen das für uns haben kann. Außerdem hat man ein berühmter Wüstenschaftler, ein gewisser Herr Einstein, gesagt, wenn die Bienen von der Bildfläche verschwinden, hat der Mensch ungefähr noch vier Jahre zu leben und da kann ich ihm, glaube ich, nur Recht geben in diesem Punkt. Und darauf sollten wir auch ziemlich gut aufpassen. Ein weiterer Punkt ist, dass ein bestimmter Pilz, der Myuriza-Pilz, ein weiterer Punkt ist, dass zum Beispiel der Myuriza-Pilz abgetötet wird durch zum Beispiel Glyphosat und das ist halt eine Pilzsorte, auf die viele Kulturpflanzen angewiesen sind, weil die halt für die Vitalität sorgen, weil unter anderem unterstützt er die Pflanze zur Stickstoffgewinnung sowie zur Gewinnung von Phosphat bei den tiefen Erdschichten kommt die Pflanze nicht so gut ran, beziehungsweise ist das Phosphat organisch gebunden und der Pilz hilft halt, den Pflanzen diese organische Bindung aufzuheben, so dass die Pflanzen das Phosphat besser aufnehmen können und für uns Menschen ist das Phosphat dafür notwendig für ihren guten Energiestoffwechsel und so wie für den Knochenumbau. Das ist halt auch ein weiterer Punkt, wo halt die Bio-Fifalt kaputt geht und die Natur in vielen verschiedenen Ketten, sage ich mal, beeinflusst wird, nur weil man halt jetzt hier auf hoher Drehgang sind und ein Feld mit Roundup besprüht hat. Ein weiterer Punkt ist auch, dass dadurch die Monokultur gefördert wird, weil man sich halt hier Saatgut kauft von zum Beispiel Monsanto, die sie gegenfeiert haben, damit diese Saatgute Resistenzen gegen die Herbizide aufweisen. Das Problem ist halt dadurch, dass diese Saatguten einjährig sind, also das heißt, diese werfen keine keimfähigen Saatnachkommen und müssen halt jedes Jahr neu eingekauft werden. Zudem ist es halt immer wieder aufgekommen, dass diese Beikräuter bzw. die Pflanzen, die eigentlich nicht aufs Feld gehören von der Sicht des Landwirtes aus, immer mehr Resistenzen aufbauen, was ich persönlich natürlich gut finde, weil natürlich die Natur sich darauf aufbaut. Aber das Problem ist halt, die Landwirte versuchen natürlich ihr Einkommen irgendwie zu generieren und hauen dann noch mehr Chemikalien und Rode ab auf die Felder, um halt natürlich diese Unkräuter mit noch mehr Gift unschädig zu machen bzw. man versucht andere Giftcocktails zu erzeugen, um effektiv gegen das Beikraut vorzugehen. Und da hat natürlich Monsanto zum Beispiel oder andere Chemieriesen ein super Geschäft gemacht, in dem halt die Bauern noch mehr Chemikalien bei ihnen einkaufen müssen und das Saatgut bei ihnen kaufen müssen. Und ich finde es halt einfach traurig, dass die EU auf viele verschiedene Studien, die anscheinend von der Industrie eingekauft worden sind, es als nicht krebserregend einstufen und deshalb es für weitere Jahrzehnte erlaubt haben. Aber ich möchte nicht noch weiter auf diese tragische Situation eingehen. Ich möchte auch viel mehr darauf einnehmen, warum ich euch diesen Weizen vorstellen möchte. Natürlich hat er auch, finde ich, seine entsprechende Berechtigung. Ich finde, der Weizen sollte einerseits in Bio-Qualität gekauft werden, wenn ihr ihn für eure Süßgräser verwendet, weil da darf kein Glufosat verwendet werden. Außerdem ist er halt durch die hohe Kultivierung recht günstig und da können halt Leute, die sich jetzt auf die Rohkosternährung beziehungsweise auf die vegane Ernährung umstellen möchten, können halt mit dem Weizen erstmal testen, mit ihrer Gräserzucht ein bisschen anfangen, sich ein bisschen reintasten. Wie gesagt, diese Weizenkeimlinge kosten im Vergleich zu Karmutgerste oder Linke nicht so viel und dann könnt ihr einfach mal rumtesten und einfach mal schauen, wie viel Weizengras verträgt euer Körper, und dass ihr gewisse Durchfälle oder andere Erscheinungen bekommt, weil natürlich im Vergleich zu Dinkel oder Gerste, Weizen nicht so viele Nährstoffe, zum Beispiel aufweist, durch diese genetischen Veränderungen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet wieder etwas lernen, konntet euch vielleicht einen kleinen Anweis geben, euch vielleicht mit dem Thema Roundup, Glyphosat und Monsanto weiter zu beschäftigen, beziehungsweise mit der Fusion und Bayer. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, ich konnte dich wieder inspirieren, ein eigener Anwalt zu werden. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Wir sehen uns bis dahin. Ciao. Amen.